BR 2018 Oh, du willst Auffressen spielen? Gibt es denn jemanden, der sowas mit dir spielen will? Hallo Biber! Das Krokodil sucht einen Freund, um Auffressen zu spielen. Möchtest du mitmachen? Siehst du, der Biber will lieber nicht mitspielen. Hallo Schaf! Möchtest du vielleicht Auffressen mit dem Krokodil spielen? Hm, das Schaf will auch nicht mitspielen. Ach, Krokodil, bist du sicher, dass Auffressen ein gutes Spiel ist? Oh, guten Tag Fuchs! Das Krokodil sucht jemanden, mit dem er Auffressen spielen kann. Möchtest du mit ihm spielen? Möchtest du mit dem Krokodil spielen? Möchtest du mit dem Krokodil spielen? Du bist hier der Einzige, der jemanden auffrisst? Und jetzt willst du das Krokodil fressen? Möchtest du mit dem Krokodil fressen? Möchtest du mit dem Krokodil fressen? Hey ihr zwei, hört auf! Ihr sollt euch doch nicht wirklich fressen! Möchtest du mit dem Krokodil quertraining? Ach, ihr fresst euch ja gar nicht auf. Ihr spielt ja nur auffressen. Da habt ihr mich ja ganz schön erschreckt. Na, ihr zwei passt ja richtig gut zusammen. Und du, Krokodil, hast den besten Freund zum Auffressen-Spielen gefunden. Ja, wir haben es geschafft, keiner ist allein. Hier auf meiner Schmusedecke geht's uns allen fein. Ja, wir haben es geschafft.